In diesem Video geht es um die besten Luftbefeuchter. Der Qualitätssieger in unserem Luftbefeuchter-Test geht an den Daslevoid Ultraschall-Modell. Die Luftbefeuchter obere Öffnung ist groß genug, um Wasser bequem zu befüllen. 6 Liter Wassertank erlaubt bis 55 Stunden Dauerbetrieb bei niedriger Kaltnebelstufe, ohne ihn auffüllen zu müssen bringen Sie ein Befeuchtungserlebnis ohne Sorgen. Dank der großen Öffnung können Sie die Innenwand des Wassertanks berühren, ohne Sackgassen reinigen und Sekundärverschmutzung zu vermeiden. Verbinden Sie diesen Smart Humide Fire mit der kostenlosen VE-Sync App zur Fernsteuerung oder richten Sie den Smart Humide Fire so ein, dass er mit Amazon Alexa oder Google Assistant zur Freisprechsteuerung zusammenarbeitet. Durch das Aromafach 3 mitgelieferte Aromapads verströmt der Luftbefeuchter Ihren Lieblingsduft und sorgt so für eine angenehme und entspannende Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause. Ersatz steht zum Kauf zur Verfügung. Der Sensor des Luftbefeuchters passt die Nebelausgabe automatisch an die im Automodus ausgewählte Zielfeuchtigkeit an. Der Luftbefeuchter arbeitet mit einer fast lautlosen Lautstärke von 26 Dezibel und Sie können während der Nacht beruhigendes Nachtlicht verwenden, das auf 50%, 100% oder aus eingestellt werden kann. Ideal für Schlaf- oder Kinderzimmer. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Tvanila Ultraschall-Luftbefeuchter. Leistungsstärke Befeuchtungskapazität 350 ml pro Stunde Die Leistungsstärke Nebelemission Saat ist mit einem 5 Litern Großwertampfer ausgestattet. Der Befeuchtungsbereich kann 400 Quadratfuß erreichen und die Dauer kann 50 Stunden erreichen. Die um 360 Grad drehbare Düse sorgt für eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung im Raum. Sie können lang anhaltenden, diffusen Nebel in jede Richtung genießen, unabhängig von der Größe des Raums. Am Boden des Luftbefeuchters befindet sich eine separate Box für ätherische Öle. Das neblige Aroma kann die Stimmung lindern, Stress abbauen oder schlechten Geruch in der Luft verbergen. Jeder Wassertropfen in der Spüle des Luftbefeuchters wird in einem speziell festgelegten Winkel von 45 Grad geführt, sodass der Nebel in kürzerer Zeit auf eine größere Fläche verteilt werden kann, ohne den Schreibtisch und den Boden des Hauses zu benetzen. 3 Nebelmodi plus Schnellmodus 3 Nebelmodi können in drei Stufen niedrig normal stark eingestellt werden. Der Schnellmodus ist der Modus mit der höchsten Sprühabdeckung und Höhe, der für den Einsatz in großen Räumen geeignet ist. Das rote Licht leuchtet auf, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, und der Luftbefeuchter schaltet sich automatisch aus. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass der Luftbefeuchter in Abwesenheit von Wasser beschädigt wird. Sie können ihn nachts sicher verwenden. Ultra-leiser Schlafzimmerbefeuchter Der E-Tvanila Luftbefeuchter kann den Geräuschbegel auf 27 Dezibel reduzieren leiser als der Computer und eine leise Befeuchtung erzielen, ohne ihr Studium oder ihre Arbeit zu stören. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Luftbefeuchter-Test ist der Nulexi Top Fan. Der einzige und erste Luftbefeuchter mit einer effektiven Auflösung, um ein Benetzen ihres Desktops oder Bodens vollständig zu vermeiden. Ein elektrischer Lüfter kann den Nebel auf bis zu 1,5 Meter anheben und ihn im gesamten Raum homogener machen. Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie den Tank von oben. Der 4,5 Liter Tank ermöglicht 30 Stunden Arbeit bei mittlerem bis hohem Nebel. MH900 Ultraschall Luftbefeuchter ist auch sehr perfekt für Baby und Pflanzen geeignet. Sie können ihn in Kinderzimmern, Wohnzimmern, Schlafzimmern, Blumenzimmern oder im Büro verwenden. Keine Sicherheitsbedenken! Dieser Luftbefeuchter erkennt den Wasserstand und schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser ausgeht. Der Timer könnte aktiviert werden und Sie können die Laufzeit von 1 bis 8 Stunden einstellen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.